Und dann war es für mich ein schöner Aha-Effekt, als ich auf Nervoregien gestoßen bin. Und da dachte ich, okay, das probiere ich aus. Und es hat funktioniert. Also ich schlafe ruhiger, ich komme abends wesentlich schneller in meinen Ruhemodus, in meinen Modus, wo ich gerne mit meiner Familie am Tisch sitze, erzähle. Solche kleinen Dinge, die dir wieder auffallen. Einfach weil du ausgeruhter und positiver eingestellt bist. Weil du einfach nachts zur Ruhe oder weil ich nachts besser schlafen konnte, weil ich zur Ruhe gekommen bin, weil ich besser einschlafen konnte. Ich habe nicht mehr so viel nachgedacht. Und ich wache frühmorgens eben auf und denke so, hey, kann wieder von vorne ausgehen. Und das ist ein gutes Gefühl. Das ist schön. ... ... ...